Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power. Heute geht es um die Apple Airpods. Wenn jemand diesen Kopfhörer besitzt, hat sich bestimmt schon mal gefragt, wie man die mit einem Windows 11 Computer verbinden kann. Ihr startet die Windows 11 Einstellungen, am besten mit der Tastenkomponation Windows Plus I. Klickt ihr links auf Bluetooth und Geräte. Achtet darauf, dass die Bluetooth Funktion aktiviert ist. Klickt ihr auf Geräte hinzufügen und dann weiter auf Bluetooth. Daraufhin öffnet ihr den Case von euren Airpods und drückt den hinteren Knopf, bis es anfängt zu blinken. Daraufhin erkennt Windows 11 die Airpods. Mit einem Klick auf Fertig werden die auch hier angezeigt. In Weiteren habt ihr hier oben, wenn ihr die drei Punkte drauf klickt, die Möglichkeit die Geräte zu entfernen oder die Verbindung zu trennen. Ja, das war es schon. Die Airpods funktionieren dann albern frei. So, vielen Dank für das Zuschauen und wir würden uns über ein Abo freuen.